Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Zastiria und jetzt ist da diese Anzeige, ich weiß nicht, was sie macht, was das ist, nordisch, ich meine, ich kann jetzt diesen Angriff machen, schön, ja, da habe ich jetzt, weiß ich nicht, ich hatte so einen Status-Effekt halt, okay, alles gut, ähm, dann, los. Was ist das, Yoko? Oh, ja, wenn du so gesagt hast, dann nichts mehr, aber... Aber was? Was ist das, Yoko? Rose und Dezelle sind so sehr gut. Oh? Was hast du gesagt? Ich dachte, dass wir uns nur mit uns sind. Es war nicht so sehr, dass wir uns nicht sehen. Wir können uns nicht sehen, dass wir uns nicht hören können. Wir können uns nicht hören, aber wir können uns nicht sehen. Wir können uns alle schütteln, wir können uns alle schütteln. Ich weiß nicht, dass die Leute so sind, oder? Ja, genau. Deswegen bin ich... ...Densel? Lass mich mal. Ich will nur den Geheimdienst nicht beurteilen. Nur wenn du, was du so gemacht hast... zu mir ruhig glauben ja dann soll das tun was haben wir hier also das son und und okay dann du hast du ja antoni ich kann das nicht es ist die leidige hatten ich kann mir ein das das ich du ich Das ist die Kraft der Welt. Okay, also hat er so benutzt, kann man sagen. Ach ja, ich glaube nicht, ich gehe nicht davon aus, dass diese Reise bald zu Ende sein wird. Ätzend. Aber das ist nicht mein Problem. Kümmer dich du dich darum. Ja, die Reise geht bestimmt noch ein bisschen länger. So, was wir hier. Ich habe mich, ich habe mich wieder gemerkt. Danke, Mikulio. Dank dir selbst. Äh, sie ist in vielerlei Hinsicht furchtlos. Trotzdem hat raus vor den seltsamen Dingen Angst. Wie sollen wir damit umgehen? Ich stelle mir gerade meine Zukunft vor und sie ist lauter, lauter als ich gehofft hatte. Okay. Okay. So, Wenn ich den Hjönger Hjönger um den Hjönger, will ich mich wiederholfen. Wenn ich mich für die Hauptsache bin, will ich den Hjönger Hjönger, dann muss ich ihn verletzen. Was ist das? Das ist aber, dass ich nicht so mache. Ich sage das Hjönger Hjönger und Hjönger Hjönger, aber ich möchte sein, wie ein Zügel. Laila... Wett? Hat der Hund? Wett! Wett! Das war gut. Das war's für mich. Das war's für mich. Laila und Edna, Dezel und Mikulio. Das war's für mich. Wanko spricht! Rose, ich habe die Augen geöffnet. Ja. Ich bin sehr gut, aber ich bin ein Künstler. Das ist wirklich ein Künstler. Danke schön. Danke schön, ich bin Rose. Oh, ich habe es schon schon getrennt. Okay, gehen wir zurück. Rose hat sich auch schon erwartet. Das ist gar nicht so. Es ist nicht so, was ich? Was ist das? Wasst du? Wasst du? Ich werde nicht spielen. Ich werde wieder zurück. Ja. Ich habe noch nichts gefunden. Und ich habe noch einen Weg in diesem Dorf. Das heißt, ich werde nur ein einziges machen. Ja. Wir gehen! Ich bin sicher, dass die Dorf noch nicht fertig ist. Ich habe noch nicht gewonnen. Ich habe noch nicht gewonnen. Dann gehen wir in die Mitte. Na, Fray-san. Vielen Dank. Dann können wir uns noch ein paar Mal schauen. Es ist ein lustiger Mann. Schau mal. Dann geht's. Dann geht's. Aber ich frage mich ja, warum der Hund zu so einem Drachen Vorbestufe geworden ist. Das, äh, ja. Wenn ich mir vorstelle, dass ich fast zu einem Drachen geworden wäre, ich kann das immer noch nicht begreifen. Ich glaube, es ist Zeit, über mich selbst nachzudenken. Das sollte er mal tun, ne? Kann man mit Ergangs sprechen? Kann man. Du erkundest also auch gerne Ruin? Ist es ein Scherz? Äh, was? Ist das ein Scherz? Kein bisschen. Äh, deine Grimassen reichen vollkommen aus, um mich zu unterhalten. Achso, okay. Ros, hast du eine Idee, wie wir hier durchkommen? Ähm, sieh mich bitte, sieh mich nicht so an. Das ist meine Aufgabe, Kumpel. Ich habe alles versucht, um das Ding zu öffnen, aber es bewegt sich nicht. Kein Plan. Du bist eine, äh, du hast eine Menge herumhantiert, um die erste Tür zu öffnen. Schaffst du es nicht noch einmal? Wenn Giftpfeile aus den Wänden schießen, bedeutet das sicherlich, dass du etwas richtig gemacht hast. Das, äh, ja. Das stimmt. Okay, dann, äh, da lang, ne? Ja. Äh. Ist aber nix, ne? Ja, hier. Achso. Sachen kurz. Ja, wollen wir doch, wollen wir, wollen wir. Das, äh, 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 Ja, das ist ein Schmerz, aber das ist ein Schmerz. Wenn ich mich als Schmerz betreue, dann habe ich auch gedacht, dass ich es in Asphalt gedacht habe. Oh! Ich habe mich immer wieder geschaut, aber ich habe noch nicht gesehen. Oh! Ich denke, dass die Räufhölk von Räufhölk nach oben聴いた雷 ist, wie ein Drogon. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ich denke, dass ich wiederhole. Ich denke, dass ich mich nicht mehr sagen kann. Ich denke, dass ich mich nicht mehr sagen kann. Ich habe das Gefühl, dass der Drago ist... ... mit Edona. Hä? Edona ist ein Tänzog? Das ist gar nicht so. Der Drago ist ein Tänzog, das der Tänzog verletzt wurde. Ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht entschuldigen kann. Ich meine, dass der Drago ist wie ein Tänzog. Das ist so weit. Ja, wie kommen wir da jetzt runter? Ähm. Ähm. Hä? Wie kommen wir da runter? Wie kommen wir da runter jetzt? Ha, das ist... Komisch. Nee. Kann man nur speichern? Hm. Ich soll jeden Winkel über... äh, das suchen, okay. Nee. Dann ist noch so ein... ... noch so ein... ... so ein... ... so ein Orb, oder wie das heißt. Da unten ist eine Blüte. Hm. Kann man eigentlich auch noch irgendwie anders dahin? Hier, wenn wir die Tür eröffnen würden... Ach, wir können die Tür öffnen. Ach so. Wieso sagt mir das keiner? Ja. Gehen wir mal hier runter. Ja. Und wie kommt sie jetzt hinterher? Ähm. Okay. Sie ist mit... mitgeflogen. So. Naja. Kamille. So. Gucken wir mal an. Hier war doch gerade einer. Ja, da ist er doch. Kann man so hin? Da. Aber was haben die denn für eine... ... Schwäche? Weiß ich nicht. Das erste weiß ich nicht. Was ist das erste eigentlich? Äh, hallo? Wieso? Kann ich nichts machen? Kann ich... Okay. Kann ich nicht. Was ist das? Das... Warte. 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 Schleichende Schritt. Ach, ist das das, was da so abläuft? Ist das das? Ne. Ich weiß nicht. Ich weiß keiner. Wir haben hier was Neues. Da. Aufstieg. Halte bei deinem verborgenen Art X gedrückt, um eine Kombo mit einem höheren verborgenen Art zu wirken, falls du eines gelernt hast. Kostet nix. Mach mal an. Ja. Genau. Jetzt wollte ich mal bei, also gucken, wegen Ausrüstung, was man bei ihr vielleicht mal machen kann. Ich weiß ja nicht, ob es da was gibt. Ne, Assasinsdeutsch, 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 Assasinsdeutsch. Assasinsdeutsch, okay. Die ist aber schlechter, okay, dann haben wir Ringe. Schlechtert sich aber alles. Ja, das hat keinen Sinn mehr. Schade. Bei Stiefeln. Ne, die sind alle schlechter. Ne, alles schlechter, okay. Und hier. Ja, aber die macht ja mal Nahkampf, die hat da keine Fairkampf, also ja, dann kann man da nix machen. Ähm, da wollte ich gerade noch mal eine Sache, äh, äh, Mode. Was gibt's denn da, so gibt's da überhaupt was? Achso, ja, das sieht aber scheiße. Ähm. Heitel-Dingst, warte mal. Achso, ne, das sieht mir auch nix. Rucksack, nein. So, das ist. Achso, Haarschnitt, Händler, Stilhändler. Achso, ne. Reisen, das Mädchen, Gitter, Stolz. Ach, das hat die, okay. Aber warum hat die, das, oder hat das jeder? Ne, eigentlich nicht, ne. Ach, komm, wir machen mal das. Was gibt's denn hier so? Nix. Ne, das sieht auch nix aus. Das geht auch bei ihm, haben wir noch gar nicht geguckt. Ja, da machen wir, haben wir nix und da auch nix. Okay, aber jetzt nochmal Ausrüstung. Ausrüstung. Hier. Pendel haben wir nun einen, Hut haben wir nur einen. Dönderweste ist die gleiche, schlechte. Alles schlechter. Auch nur alles schlechter. Oh, hier sind bessere, aber die, ja, die haben die halt an. Hm. Ne, es hat keinen Sinn, geht nicht. Und das wird alles nur verschlechtert, also bringt das nix. Gut. Dann wäre das, äh, gut. Okay, jetzt hat sie da so ne, na gut. Aber warte mal. Ah, ich stelle mal falsch. Wenn wir schon dabei sind, gibt's eigentlich, hat der eigentlich noch ein anderes Kostüm? Hat er. Normale Kleidung, Aufbruch. Ach. Und was ist da jetzt anders? Hä, was ist da anders? Hä? Was ist da anders? Jetzt ernsthaft? Hä, was ändert sich? Was, was? Hä? Da ändert sich doch überhaupt nix. Kapier ich nicht. Egal. Da ändert sich doch überhaupt nix. Ja, wie viel sind das? Warte mal. Die haben Wind. Ich seh nix. Ich seh gar nix. Ich seh gar nix. Nee. Winch, winch schreiten, Talent. Mit diesem Talent erhöht sich auch einem siegreichen Kampf. Oder wenn du die Dorfbewohner belauscht hast, deine Bewegungsgeschwindigkeit. Die führende Wissenschaftler, Philosophen von Marlins sind sich über den Grund uneins. Doch du musst nur wissen, dass der Effekt nur kurz andauert, bis die Flügelanzeige leer ist. Reihe Aktivierungen aneinander, um den Effekt hinauszuzögern. Aha, hast du es? Ah, dann kann ich schneller laufen. Ah, schön. Brennender Ansturm. Kampfschuhe für flinke, männliche Kämpfer. Okay. Ah, ich drück immer falsch, weißt du? Äh, Kampfstiefel. Ja, toll, die sind... Ja, okay. Voll schlecht. Was gibt's für ihn? Erinnert sich nix? Äh, sie hat... Darf das nicht? Er hat sie. Ja, die sind aber wirklich total schlecht. Okay, dann nicht. Okay, weiter geht's. Guten Tag. Also, darf ich nicht? Ja, wie kann ich... Achso, weil er den aktiviert hat. Was weiß jetzt eigentlich gefährliche An... Ich hab für den zweiten... Zweite Wort nicht lesen können. Ich kann aber keinen... Verwandlung machen. Ah, das geht ja auch nur, wenn ich drei hab. Okay. Ja, ich kann den nicht treffen. Okay. Jetzt aber. Müssen wir eigentlich auch mal dann den Charakter wechseln? Oder warte mal. So geht das eigentlich nicht? Struktoroptionen? Äh? Achso, hier muss ich... Achso, in dem Menü muss ich... Okay. Machen wir mal. Mal gucken, was die so kann. Ja. Ändert sich nicht viel. Warte. Anlocken. Mit diesem Talent kannst du in den Gebieten, in dem Feinde anzutreffen sind, zuvor besiegte Feinde bestimmen, die im Kampf häufiger erscheinen sollen. Beim Einsatz dieses Talents kann plötzlich feindliche Verstärkung auftauchen, am besten nutzt du sie, nutzt du sie in weniger schwierigen Gebieten, wenn du zum Beispiel auf der Suche nach bestimmten Auslösungsgegenständen bist. Okay, ja, das... So. Ja, gut. Jetzt warte mal, jetzt... Jetzt wechseln wir mal jetzt den... äh, äh, Charakter, und dann kann man mal so machen. Du hast ja nicht viel... Levelt man dann eigentlich auch schneller, wenn man das so macht? Mit einem anderen Charakter? Keine Ahnung. Ja. Ich bin der Fall. 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 Das war der Fall. Yay. Levelaufstieg. Puh. Raus Kampftalente. Raus führt zwei Deutsche und verwirrt ihre Feinde mit schnellen Angriffen. Sie zerschneidet sich... äh, zerschnei... Häss? Sie zeich... Ach so, zack. Ich kann nicht lesen, ernsthaft. Sie zeichnet sich durch ihre bessere, besondere Fähigkeit aus, weil Waffen ausrüsten, was sie sich wiederum auf eine Fusionsplanung auswirkt. Fusionsplanung? What? Äh, sie ist eine... Ach so, Fusion... Okay, ja, Fusionsplanung. Äh, sie ist eine sehr energische Kämpferin, was sich an ihren verborgenen Karts mit denen man Fallen stellen, sowie Fallen- und Flugkombos ausrüsten kann es nicht. Mhm. Mhm, 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 mhm. Oh, Kiste. Apfelgummi, yay. Ah, dass man jetzt diese schnellere Laufen hat? Aber ich kann... Äh, was ist das? Ein Werwolf. Okay, der hat auch... Nee, nee, einfach ganz normal. Okay. Dann müssen wir einfach ganz normal dranbleiben. Äh, hallo? Was macht die Kamera? Machst du mal die Kamera für den Arsch? Was für noch ein Hammer? Ui, weh. Hm. Wir rennen hier durch. So schnell wie geht. Wir sind da. Gäber Iris, 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 Iris Stein. Ich, 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 bitte. Ja, ich kann nicht lesen. Äh, ja. Der D-D-Dewa. D-Dewa. D-Wa. 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 Held... 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 Heldalf nutzt diese Kriege dazu, die Ver... Ver... Venomisierung... Venomisierung... Vor... Voranzutreiben und immer stärkere Helions hervorzubringen. Boringan 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 Was ist das? Was ist das Wälder? Das ist das Wälder. Das ist ein Wälder. Was ist das Wälder? Das ist das Wälder? Das ist das Wälder? Und zwar wird sich das Rest die Wälder und das ist das Wälder. Hm, ja, das ist, äh, schon nicht gut. Habe ich nicht, doch klar. Hm, also diese Kriege, ja, die sind schon, äh, ich meine, wir sollen mal sagen, der total, ja. Also bei den Kriegen, der versucht, halt immer Stärke zu machen und dann sind, aber ich meine, die Menschen sehen den ja nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie jetzt, also die, die jetzt, die nicht sehen können, wie die, die sehen, also was die dann sehen, wenn dann was passiert. Sehen die dann so, wie man da gerade vorhin gesehen hat oder letzten Folge, oder letzten Folge, letzten Folge, keine Ahnung. Ernsthaft? Das ist wie verarscht. Ähm, da wo, wo sie ja noch kein, äh, sie noch nicht die Seraphim gesehen hat, äh, das dann halt, wenn er alle angreift, nur so ein Wirbelsturm ist oder so. Also alle Wirbelstürme sind dann, ähm, sind dann sozusagen Hindions oder wie. Kann man ja so sagen. Kann man ja jetzt mal was machen, danke. Äh, Soft Ice, yay. So, kann ich jetzt hier stehen bleiben? Ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen in der nächsten Folge. Gucken wir weiter durch die Höhle und, äh, da sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020